hallo schön leute und herzlich willkommen bei mw3 bei spezialausgabe bei mir und ja ich bin mit meinen drei freunden und da noch ein freund mag auch nimmt auf und ja ich würde es ihr werdet meint sich sehen und sich in unter dem video beschreiben wird es link schicken welche kontinuier sein sich sehen und kass ja ja aber auch kannst du dich vorstellen wie du heißt dass wir den freundlicher der gamer ich mache halt den mann jetzt hier mit und habe jetzt halt meiner Sicht könnte es auch sehen außer der zweiten Person der hier noch bei ist der ein einzigen ja mal hallo hier servus ja kriege ein bisschen besser sich die nicht sehen können und würde jetzt sagen die schlacht kann beginnen ok ich laufe schon rum ab und wird schon abgeschossen und abwärts mehr und irgendeine er ist nicht neuer ne ich hab jetzt ja danke ganz langsam vorsichtig irgendwie spackt meine maus wo er für dennoch mit zuschauer Nein, der Scheiß, ey. Ich weiß nicht, ob du es mit dir hörst. Griefen, Malik, rumgriefen! Wow, 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 wow! Fuck! Du Arsch! Langer als sie jetzt über den... Lange spiel. Toll, da steht er auch noch drin. Ich hab da mein Radar aufgestellt gehabt, mein Tragbares, ne? Ich seh euch einfach beide und ich denk nur noch, scheiße, ich bin in der Strecke, oder? Das war, ey, Malik, du wärst sofort so, der Surf tot. Ich wär von einem von euch bei... Ja, scheiße. Das ist ein Fehler. Nicht immer nur mit Sniper rumrennen, mein Lieber. Bist du sicher? Oh, ja. Und gleich, du, ey, schon. Ah! Du kannst eigentlich... Funktioniert bei Sidi. Hä? Bis jetzt hat's bei dir ziemlich funktioniert, mit den Schafe zu werfen. Ah, da hat ich ein Leck. Da hat ich ein Leck. Ah, Leck! Nein, nein! Au! Ein Leck und ein Messer im Kopf. Das sind zwei Sachen, die es mich... Ich hab mein FPS im Keller. Die überhaupt nicht geschehen. Ja, klar. Okay, ich kann mich grad nicht bewegen. Nein, das ist ein FPS. Das ist nicht gut. Ja. Fuck! Du Arsch! Hast du mich nur noch gekillt? Ich kann mich grad kaum bewegen. Wieso? Ja, findet... Findet Marvin... Ding. 3 kills für alle! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Okay, es hat sich wieder gefangen. Okay. Xavier hat noch mit seinem Leck-Kranat. Oh, die Leute, dass ihr da zu lange auf der Stelle stand, aber... Scheiße! Ihr habt zu lange gedauert. Und, ja. Das ist nicht gut. Das hat übelst gelackt. Ich komme nicht für Dinge. Jetzt hab ich schon wieder 120 aufgefahren! Ah! Nein! Warum? Alter, ihr wirft jemand die ganze Zeit mit Kanaten rum, ne? Kriegen wir ja echt Paranoia. Würdest du mich verarschen? Nein! Das ist eine Police! Ja! Ich will doch mal ein bisschen! Das hat nicht funktioniert! Das was hat nicht funktioniert! Yeah! Killgott! Was, Killgott? Wir laufen die ganze Zeit damit vorbei, ey! Eindliche Aufklärungszone gesichtet. Das war doch echt zufassend. Ich verarschen! Ich messer ihn und er messert mich! Genau! Das hast du nur beim Zuschauer gesehen, Alter! Aufklärungszone einsatzbereit! Das heißt ja, der Reflex! Was? Ja, aber ich hab dich gemessert und dann zwei Sekunden später messest du mich! Ich hab nur Hit-Markel gekriegt vom Messer! Ich hab die ganze Zeit Hit-Markel gekriegt, als er die Milch mit seiner... What the? Ich zeige jetzt nicht, ihr seid zu zweit auf mich losgegangen! Nein! Das ist ganz schade, wenn ich vom Toro um die Ecke gekommen bist du Hacker! Weil ich dein Bein gesehen habe! Wow! Mein Bein hat mich zum Tode verwurteilt! Scheiß Bein! Wuuu! Hey, das ist doch nice! Das muss ich jetzt sehen, das muss doch mal der Zuschauer sehen, Alter! Ich schieße einfach ohne zu visieren durch einen Flugzeit in einem Meter langen Raum und tültet mit einem Schuss! Ich kann das sagen! Kommt vor! Aufklärungszone online! Äh, äh! Alter! Du wirst mich verarschen! Sind wir jetzt echt im Kreis rumgelaufen! Ja! What the fuck is this? Ja! 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 Was geht's? Das eben! Feierlich aufklärung! Meine Aufklärung ist voll ab! Was schießen die ab? Meine Aufklärung ist voll ab! Was? Also, ich du's nicht! Wah! Ich denke, hä? Wer schießt mich nicht? Ich hab irgendwie sein Luftgeschützt, also... Ich hab... Ich glaube ich... Marvin hat auf dich auch geschossen! Nein, ich hab auf dich geschossen! Hab ich ja eben gesagt! Ha... Aha, guck mal wer da ist! Ja! Ich hab die Rakilufstellung zerstört! Oh! Ha... Mein Ziel hat sich erfüllt! Was für ein Ziel? in der Falle aber das ist ja wieder um aber ich hab's geschafft das ist kaputt das war ein sehr gutes Ziel bitte mich verarschen nein nur eine Nase juckt na toll hinter mir ist die geben sich hier gerade übel hinter mir ist Paddy vor mir ist Sebi ey ich hab nicht geschossen Sebi hat sich abgeschossen aber hinter mir bist du auf dem Weg zu mir gewesen aha Marvin wurde angeschossen äh Marvin hinter dir woher weißt du eigentlich dass ich angeschossen bin weil ich hinter dir war ja aber ich hab dich angeschossen ja und deswegen hab ich nicht geschossen was du hinter mir scheiße ah hab ich ok mach mir anders ey Leute meine Muni wird langsam knapp ist gut gell nachdem Achtung feindliche Vorräte nein nein ich bin auf dem Dach gelandet darf ich mir die Vorräte nehmen nein meine ich muss erstmal die Gegenzeichen so wie die liegen hab ich Angst dass sie erschossen werde ja da war Sebi da war Sebi keine Vorräte ich wollte mir eigentlich die Vorräte nehmen aber nein nein wo ja ok Mist wo ich will die Vorräte haben Alter ich hab ja ja genau das das ist nein 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 das find ich nicht cool boah leck Alter wegen der fucking Kiste konnte ich nicht hier laufen ich wette mit dir das ist ne Bombe hab ich doch gesagt ich hätte ich wusste ich hätte ich wusste ich hätte es nicht tun sagt weil es war mit sich schon längst geholt egal ich weiß nicht was bei euch stand was es wäre überraschungsein da steht gar nicht doch bei mir wenn ich meine Bombe genommen habe stand da irgendwie Predator oder so so eigentlich hätte ich das merken müssen wenn da nichts steht ist für mich die Bombe ja klar falsche Richter hab ich geschaut äh Maus Maus hör auf ja Maus Na toi ich hätte weiter dahin ziehen sollen Tja meine Maus will nicht mehr WTF 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 WD WD WB w weil ich dadurch einen H scope 12 W movimiento fangen scheiße ich bin gegen mich überhaupt nicht äh jetzt merke ich hab lange nicht gespielt ich müsste eigentlich noch mal ein Level gucken was ich jetzt schon gespielt hab mittlerweile Naja ich hab nur die Läufe der Lachse geschafft der Wien A 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 bei mir drehtdd d A Fürs ja ein bisschen traurig Jetzt hat es richtig geleckt durch diese, durch diese Explosion noch. Achtung! Feindliche Aufklärungstrone gerichtet! Das fand ich nicht drin. Ist doch nicht. Das ist ein Match. So, das war schon. Eben. Scheiße, zu lang sein. Aufklärungstrone bereit. He? He? Nicht he? Oh ja. Ich habe hier ein Fettel im Haus, ja. Ah, ich habe an der Kante festgekommen. Boah! Der will jetzt immer Granaten fallen. So, als kleines Abschiedsgeschenk. Abschiedsgeschenk, ey. Aufklärungsdrohne online. Boah! Hat mich geredet ohne Scheiß. Aber das nicht. Ich habe Angst. Ich wusste es. Was? Die selben und ich haben immer dieselben Ideen, ey. Irgendwann sind wir gleich aufbänden und haben nicht drin. Fuck! Ja. Messer, Sparmonie und ja, ist effektiver. Ja. Da muss Eggi, Kriegner in der Nähe sein. Ja, toll. Ich werfe mal gerade da, da würde ich dir das stimmen daran. Mark, die Störung. Die Störung. Ohne, ich dachte, sie klettert hoch. Wo ist das da? Ich sterbe. Alter! Ich bin echt noch krank, weil ich nicht genau gesehen habe, was du geworfen hast. Ich habe gedacht, das wären so diese Minen, diese SM. Alter! Da kommt gleich der Sack! Jenny, da her! Du Eckenkind! Wer? Wer hat mich gekillt? Dich, Paddy? Oder? Nein, du hast nicht. Mami gekillt. Alter! Von Ecke komme und kill mich, gell. Ich bin nicht. Moment. Puh! Mann! Ich bin wieder der Radar. Ich bin wieder der Radar. Ich bin wieder der Radar. Was war das, ey? Ich habe schon wieder der Radar. Bitte meine Vorhaben. Heizung, ne Fizzen, ne? Ich bringe bei Salze Hälfte, die stirbt. So geil. Hoho. Vermesserte Aufklärungsdrohne online. Tja, Immunität, ne? Warte, okay. Oh, das hat sich gereimt. Oh, das hat sich gereimt. Ah, fuck. Mein Radar hat... Oh, scheiße, ich wollte nicht diese Waffe. Nein, wo ist meine Waffe? Alter. Na toll. Oh, wo ist meine Waffe? Ah, da. Oh, toll. Ja, ich renne an ihm vorbei, ne? Ich will grad irgendwie F drücken, um meinen Radar wegzunehmen. Dabei lag es da nicht und hab auch... Das war's... Hätt mich ja mal wenig... Hätt mich ja mal wenig... Wartet der da einfach... Ah, scheiße. Steht der einfach nicht geartet. Aber du hast zu weit geworfen. Deswegen hab ich mich nicht getroffen. Da hast du mich selbst verlässt. Hast du die Granaten auf dich geworfen? Ähm, nein. Wow. Fuck! Du Arsch. Oh, der war gemein. Liegt da voll gechillt rum. Töte Selfie, was kommt? Mal auf den Kopf von hinten. Tötet mich. Ich muss aber eine Mausschwelle machen. Geht das hier raus? Alter, geht das nicht? Alter, ich konnte in den Rock nicht springen. Ich bin zu blöd aus. Ich wollte grad Selfie ihn auch zu ärgern und da oben warten. Und dann sucht da eine Granate und das ist eine andere Ding. Mausempfindlichkeit. Geht das. Ich meine Mausmänner. Und ich kann schneller sterben. Oh, da fliegt nur... Fliegt ein Schmetterling. Boah, Alter, die Mausschwelle. Scheiße. Luftschweige mich erwischt. Stealthbomber. Soll, da waren vielleicht keine Prilade. Wahrne. Ey. Ohne Bereit. Was? Hm. Du. Wollt er? Ja! Ich wusste, du wirst runter springen. Ich wusste es. Käppi! Nein! Ja! Das ist doch nicht... Ja! Ich hab mich zur Suppe geprackt! Simch hat sich grad mit seinem eigenen Flamespammer umgespielt. Nicht dein Ernst. Doch! Die Zeit wird klapp! Nein, die Zeit darf nicht knapp werden! Kann der Sender sich selbst umbringen? Muss man doch schützen? Halt mich verraschen, ich bin ein und ich bekomme! Aufklärungsdome online ist abgesprochen! Ey Teamwork ist verboten, weil ich für alle! Weitliche Aufklärung machen und freiwillig Teamwork! Warum soll ich mich darum kümmern? Ah, gib dir! Ja Leute! Das war dann nur um MB3 Multiplayer, ne? Ja, teilweise ja! So, das waren 20 Minuten Part jetzt! Und würde ich sagen, schau in die Videobeschreibung und seht die Sicht vom Sachs! Jep! Und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Runde MB3 Multiplayer oder Battle Block Theater! Jep! Äh, nur ohne mich! Ich mache was anderes! So, ja! Dynasty Warriors oder bei ALNES! Tschüss! Tschau!